ich würde vielleicht auch springen erst mal runterfallen sich hoch danke schön noch eine notiz die ich gerne lesen bürger da die textur immer franklin vergib mir ich habe gestern abend in der gegend hat unsere familie nicht gewagt dieses thema anzusprechen ich wollte ihnen keinen kummer bereiten seit einigern habe ich meinen cousin jack nicht mehr gesehen gehofft dass du vielleicht wo er sich auffällt im gefühl habe ich bereits in den einfriedungen und zellen nachgeschaut wäre nicht das erste mal dass man ihn dort in gewahrsam hätte fahrt aber nur die üblichen trunken wolle vor ich bin mir sicher dass ihm etwas zugestoßen ist aber niemand traut sich darüber zu sprechen ich sage es ganz offen ich wünsche er hat etwas mit dem treffen unter der kirche zudem an den jeweils zu jedem halben teilnimmt sie sind ein offenes geheimnis und wenn ich davon weiß ist es gewiss dass die gründer erkenntnis davon haben ich bitte dich anständig sage es mir falls du irgendwas gehört haben solltest mit dem verspür hoch hier ist ja gut ist ja gut komme schon hoch hier Ja, der Gegner. Ja. Ich dachte es mir. Sind es nur zwei? Sind es wirklich nur die beiden? Wenn er jetzt hier runterspringt, ist er tot. Komm her. Okay, ich muss da drüben hinspringen. Das war knapp. Der eine ist da oben. Der andere kommt doch jetzt wieder ans Fenster, wenn ich mich nicht täusche. Dann kann ich nämlich gleich höher klettern und den anderen auch noch ausschalten. Aber wenn der nach links geht... Ich würde gerne pfeifen können, das wäre... Ich trau mich nicht reinzugrennen, weil bestimmt in der Sekunde, wenn ich drin wäre, würde er sich rumdrehen. Was sind anscheinend wirklich nur die beiden? Ich sehe gerade jemanden sonst. Was ist los? Cliffhanger. Okay, Männer, bleib wachsam. Halten wir hier alles schön sauber für die Chefin. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Verdammt. Wow, meine Waffe schießt nicht. Meine Waffe hat nicht geschossen. Wieso hat die Waffe nicht geschossen? Hä? Hä? Okay, Männer, bleib wachsam. Halten wir hier alles schön sauber für die Chefin. Nein. Das Timing musste noch passen. Hä? Hä? Die éál ist drauf. Das war knapp. Einer erledigt! Komm mal, macht los! Ähm. Erledigt! Er ist nicht gewinnend! Er ist nicht so schwer! Schafft mir diese Schweizer! Nathan! Bitte schön. Sicher doch! Okay, da sind noch einige. Oh Gott. Ui! Ui! Hey! Hörsiger! So. So, dann werden wir den weg. Der ist auch weg. Oha! Das war knapp. Wenn ich wissen, wo der Dicke ist. Ich höre ihn. Ich meine, sind die nicht so schlimm, die gepanzerten Gegner hier. Das war's. Gehen wir weiter. Ach. War das mit dem Schwingen? Das ist cool. Im Kampf. Dass man so ein bisschen die Gegner damit verwirren kann. Macht Spaß. Hm. Ach, da drüben müssen wir hin, oder? Oh, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Okay, das war der richtige Weg. Ich bin nur falsch abgebogen. Na los, fertig? Fertig. Na gut. Danke. Hm, 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 hm. Vorsicht, da geht's tief runter. Ja, ich seh's. Dann hier runter. Dann hier lang. Ist hier noch was? Oh, die Tür ging ja einfach auf. Pass auf, wo du hintrittst. Ganz schön heftig. Ja. Kann ich hier drin hochklettern? Ja, kann ich. Ach, ich wusste gar nicht, dass das ein Turm ist. Da kann man sich schwingen. Oder waren wir, glaube ich, schon. Wie geht's dir da hinten? Ist ne super Aussicht. Ja, das stimmt. Fast geschafft, Sam. Ähm. Wie ist es der an uns vorbei? Oder wann ist der an uns vorbei? Okay. Hm, da wollte ich ja gar nicht hin. Oh, gut. Da kommt der Sam. Da kommt der Sam. Der Sam, 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 Sam. Geht doch, großer Bruder. Willst mithalten, hä? Magist nicht, wer dir das beigebracht hat, hä? Du kleiner Hund. Okay. Was jetzt? Mach einfach, was ich tue, okay? Bitte was? Warte, dann wollen wir hier rüber. Dann haben wir noch ein bisschen weiter runter. Und dann noch ein bisschen Schmuck holen. Ja. Das wirkte irgendwie ein bisschen weit für mich. Also alles, was du tust. Ja. So in der Art. Ach, diese Geschwisterliebe. Die Mieten sind hier bestimmt nicht günstig. Aber kein Wohnhaus. Was denkst du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Palast. Vielleicht hätte Libertalia einen Finanzausschuss. Ja. Vielleicht haben wir Steuern gezahlt. Wer weiß. Hm. Hält er sich wirklich am Geländer fest, wenn ich da lang gehe? Ich glaube, das eben hat er was gemacht. Hier oben ist nichts. Schade. Auf dem Kerzenständer gelandet. Das wollen wir mal schaffen. Hm. Dann geht's oben rechts weiter. Das ist eine Statue. Hier kommen wir auch nicht durch. Ach so, der steht unten vor der Tür. Ist das richtig? Nee. Sieh dir das Material an. Dafür haben die sicher Jahre gebraucht. Tja, aus großem Reichtum. Folgt keine Verantwortung. Oder Zurückhaltung. Ich bin ein bisschen weit vorausgegangen, glaube ich. Ach nö. Ähm. Heilige Scheiße. Ja. Ja. Wir sind unsere beträumenden Juden. Zumindest ein paar davon. Verdammt. Kann man nachgucken, was er dazu aufgeschrieben hat. Er hat's nur gezeichnet. Entweder mit Birk. Ein paar der Leichen sind schicker angezogen. Sehen wie Soldaten aus. Also hieß es die Siedler gegen die Soldaten. Und wenn das da oben das Schatzhaus ist, hat anscheinend jemand versucht, Geld abzuheben. Ja. Und hoffentlich hat es nicht geklappt. Hoffentlich. Mann, das ist beeindruckend. Das ist noch untertruend. Ich glaube, ich bin ein bisschen schnell fürs Spiel. Rollen, rollen. Da ist ein Hebel. Ziehen wir mal an dem Hebel. Dann. Los. Oder auch nicht. Hilfst du mir mal? Ja. Die Diebe von Libertalia. Okay. Was ist das? Altes Manifest. Viele Schätze. Ja. Ganz schön was. Das habe ich jetzt nicht vorgelesen, weil Manifest glaube ich nicht interessant ist zum Vorlesen. Kann ich aber mal hinspringen? Wenn ich hier drauf kann. Diebe, Diebe, Diebe. Das ist eigentlich das Spiel, was ein Bonn durchgeschnitten ist. Da steht kein Dieb drauf. Da waren wir schon. Da hat noch was. Hier ist noch ein Bild. Noch ein Dieb. Was ist hier passiert? Was ist denn das? Wie gesagt, das Bild ist mir ja schon aufgefallen, dass es durchschnitten ist und da kein Dieb steht. Okay, da darf ich nicht drauf. Okay. Kann ich da hochklettern? Kette? Nein. Wo sind denn noch Hinweise? Ich sehe keine weiteren Hinweise. Da ist noch was. Ja, ein bisschen was. Ach, hier kann man durch. Weiß auch nichts. Hä? Das müsste irgendwas noch mit dem Klettern zu tun haben. Doch, da ist eine Truhe. Ich gehe das nicht. Ja okay so. Jetzt vielleicht auch zwei Dinge. Vielen Dank.